Ob alle auf der Welt satt werden in der Zukunft, das liegt letztendlich an uns. Möglich ist es. Wie werden wir alle morgen satt? Diese Frage stand im Mittelpunkt des diesjährigen Standortgespräches auf der Grünen Woche 2013 in Berlin. Zum vierten Mal organisierte die Agravis zusammen mit der Fördergemeinschaft Nachhaltige Landwirtschaft und dabei war das Expertengespräch auf dem Erlebnisbauernhof. Moderiert von Katharina Zanner setzte sich die Diskussionsrunde intensiv mit dem Thema Nahrungssicherheit der Zukunft auseinander. Rund 250 Spitzenvertreter der Landwirtschaft aus Verbänden, Wissenschaft und Politik waren der Einladung gefolgt. Wie jedes Jahr ist das Standortgespräch der FNL eine gute Gelegenheit, genau das zu tun, was der Name sagt, nämlich einen Standort zu bestimmen. Gerade bei dem Thema Nahrungssicherheit ist es sehr wichtig, dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen, weil das ist kein Thema, was jeder für sich alleine lösen kann. Die heutige Podiumsdiskussion hat hier neue interessante Aspekte gebracht, aber auch deutlich gemacht, dass wir einen gemeinsamen Konsens in der Landwirtschaft in Deutschland dazu haben. Generell ist es wieder ein gutes Erlebnis hier, auf dem Erlebnisbauernhof zu sein. Es ist interessant, es gibt interessante Stände und was mich immer besonders freut ist, wenn ich sehe, wie viele Besucher und auch wie viele jugendliche Besucher hier durchgehen, weil hier ist dann doch ein wenig Landwirtschaft zum Anfassen. Nur wenige Meter vom Diskussionsforum entfernt präsentiert sich die Agravis mit ihrer 40 Quadratmeter großen Modelllandschaft. Diesjähriger Themenschwerpunkt, die Rapspflanze. Wo wird sie angebaut, wie wird sie verarbeitet? All diese Fragen werden am Agrarbestand erklärt und gezeigt. Auf dem Mini-Acker können kleine und große Besucher zu dem wie der Ihr Können mit Grobau und Flug unter Beweis stellen. Also die Metallanlage ist wunderschön aufgebaut, auch für ältere Personen zum Spielen gut geeignet. Und da kommen die Kinderträume vor 40 Jahren so richtig raus nochmal oder vor 50 Jahren vielmehr schon. Für Jugendliche war der Tag der Ausbildung besonders interessant. Dort konnten sie sich ausführlich über die sogenannten grünen Berufe informieren. Die Agravis bietet insgesamt rund 20 Ausbildungsberufe an. Also so ein Tag der Ausbildung wie hier heute ist sehr informativ, weil man kann sich über neue Berufe informieren, weil es gibt tausende Millionen von Berufen, die man alle gar nicht weiß. Und hier kriegt man jetzt nochmal zum Beispiel im landwirtschaftlichen Betrieb und sowas alles gesagt, was man machen kann. Wie jedes Jahr lockt der Erlebnisbahnhof auch in diesem Jahr tausende Besucher auf die rund 6.000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche, auf der sich zwischen dem 18. und 27. Januar mehr als 70 Partner aus der Land- und Agrarwirtschaft präsentieren. Deine Mäuferi Deine Mäuferi Deine Mäuferi Deine Mäuferi Deine Mäuferi Untertitelung des ZDF, 2020